Und damit herzlich willkommen meine lieben Exzellenten zu einem neuen kleinen Quick Guide für die Herausforderung in Age of Sorcery. Ja, wir haben heute mal eine kleine Ausnahme, nämlich eine gewöhnliche Herausforderung. Eigentlich würde ich die Guides in erster Linie immer so ein bisschen für seltene und legendäre Herausforderungen machen. Da ich jetzt in den Kommentaren unter den letzten Guides aber schon einige Male gefragt wurde, nach dieser Herausforderung hier, Federn aus einem Geier-Nest holen. Ja, da haben einige wohl doch mehr Probleme mit die zu finden, als man vermuten würde. Daher an der Stelle nochmal ein Guide hierzu. Wo findet ihr das Ganze? Ja, in erster Linie eigentlich überall hier in dem Bereich, wo es Wüste gibt. Und vorrangig natürlich an erhöhten Positionen, also sprich auf Hügelgipfeln. Und wir können mal gucken. Im Prinzip, wenn ihr ein bisschen die Augen offen haltet, seht ihr die halt auch schon von Weitem. Also beispielsweise hier hinten sehen wir jetzt gerade, wo wir drauf zulaufen. Da oben sitzen Geier drauf. Oder, ja, von hier aus sieht man es denke ich auch schon. Hier oben sitzen überall Geier. Da oben sitzen Geier. Und ja, die einfachste Möglichkeit, die ich euch empfehlen kann, ist tatsächlich hier direkt am Anfangsgebiet, in der Nähe von Gallamans Grab. Da haben wir hier diesen großen Felsversprung. Müsst ihr ein bisschen klettern. Aber hier oben drauf werdet ihr zwei Nester finden und da sind ungefähr zwölf Federn drin. Das sollte also reichen. Wo ihr ein bisschen drauf achten müsst, hier oben sind Spinnen. In der Regel dürfte hier eine sein. Das dürfte also für euch kein Problem sein, die zu töten. Aber, ja, das sollte, denke ich, für jeden von euch eigentlich machbar sein. Auch mit einer Steinwaffe. Und wie ihr seht, zwei Nester. Zehn Stück brauchen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann haben wir hier noch eins. Vier Stück brauchen wir noch. Eins, zwei, drei, vier. Und abgeschlossen. Ihr seht, zwei Stück wären noch drin. Das heißt, sechs Federn pro Nest bekommt ihr. Und, ja, wie gesagt, das Ganze hier auf diesem Vorsprung. Und wir gucken nochmal ganz fix. Oder fix. So, zehn von zehn haben wir eingesammelt. Belohnung anfordern. Und damit ist die Sache erledigt. So, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, vorrangig natürlich jetzt an die gerichtet, die da Probleme hatten, diese Quest abzuschließen. Solltet ihr trotz alledem in irgendeiner Art und Weise noch weitere Fragen hier zu diesem Thema haben mit den Geiernestern und den Federn, dann natürlich unter dieses Video gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde euch dann Rückmeldung geben, beziehungsweise Antwort so schnell, wie es geht. Und, ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Däumchen drücken. Gerne ein Abo da lassen. Für jede Menge weiterer Guides hier zu den Herausforderungen in der Age of Sorcery. Und, ja, ansonsten schön gesund bleiben und wir sehen uns im nächsten Guide. Ciao, ciao.